Guten Morgen! Es ist sexy und eigentlich bin ich kein Magenmensch, aber heute ein bisschen, weil ich gerne schmuppern gehe, beim Dietli Maler AG in Ustad. Let's go! Also, Tiana war sehr sorgfältig und sie hat auch alles schön mitgemacht und was ich ihr gesagt habe, hat sie auch schön gemacht. Was ist Ihr Wille? Ja, Ihr Wille und Ihr Arbeitsgeister war sehr gut. Was ist Ihr Wille? Weil ich viele Sachen sehe, ich arbeite mit dem Team. Was ist Ihr Wille? Das wird von einem Schnuppen-Lehrling eigentlich nicht cool. Ein Schnuppen-Lehrling soll am ersten Tag schon eine Begeisterung für unseren Beruf bekommen. Und wenn er das bekommt, dann spüren wir automatisch, dass die Begeisterung da ist oder auch die Kontaktfreudigkeit mit den Mitarbeitern. Und dann kann man schon am ersten Tag abschätzen, ob der Schnuppen in Frage kommt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.